Da haben sie jetzt Platz. Jetzt ist es gefährlich. Ball kommt in die Mitte. Ein fantastisches Tor. Gut gespielt und dann war er frei genug um die Flanke bringen zu können. Ein schön herausgespielter Treffer. Ein Abschluss der ganz besonderen Art. Hier sehen wir es nochmal. Das ist außergewöhnlich. Was für ein Tor. Was für ein Tor.